Ist der Wechsel von Jan Uzun zu Eintracht Frankfurt schon so gut wie fix? Chris Führig ist unter anderem Kandidat beim BVB, aber auch bei Leverkusen und RB Leipzig. Eine günstige Ausstiegsklausel von 20 Millionen Euro lässt die Top-Klubs in der Bundesliga aufhorchen und wird Serge Gnabry zum verhältnismäßigen Schnäppchen? Das sind die Themen in diesem Video, lasst vorab gerne schon mal einen Daumen nach oben da und wenn ihr neu hier seid und Fußball-Talks, News und Prognosen mögt, dann gebt euch einen Kick, lasst ein Abo da, wir bewegen uns auf die 13.000 zu, seid da gerne ein Teil von und diskutiert mit so. Und in dem Sinne gehen wir rein und fangen mal mit Jan Uzun an. Denn der soll nach Bild und Sportbildinformation am Montag den Medizincheck bei Eintracht Frankfurt absolviert und bestanden haben. Das heißt zwar noch nicht, dass der Transfer wirklich fix ist, aber in der Regel ist man nach einem bestandenen Medizincheck nah dran. In der Regel fehlt ja meistens immer noch der Medizincheck, nachdem alle anderen Details geklärt sind. Aber es kann auch durchaus mal umgekehrt sein, denn wir hatten ja auch mal einen gewissen Hussem Awa als Thema. Der hat ja gleich bei vier Clubs einen Medizincheck absolviert, bevor er sich dann entschieden hat. Welcher Fall bei Jan Uzun eintritt, das werden wir dann sehen, lesen oder hören, wenn weitere Details rauskommen. Ich gehe mal davon aus, dass er sich wahrscheinlich tatsächlich Eintracht Frankfurt anschließen wird. Passt ja auch zum aktuellen Projekt. Man sucht sich ja ganz viele junge Spieler mit enormem Potenzial. Jan Uzun ist einer, der wirklich unfassbar viel Qualität mitbringt, der mit 18 Jahren in der 2. Liga Stammspieler beim 1. FC Nürnberg in der 2. Liga ist und in 24 Pflichtspielen 16 Tore und 3 Vorlagen beisteuern konnte. Was in dem Alter auf jeden Fall eine richtig gute Leistung ist. Spannend wird halt sein, in welche Richtung sich die Ablöse belaufen wird. Das ist ja ein Thema, da scheiden sich die Medienberichte. Manchmal heißt es, es gibt eine Ausstiegsklausel, dann wiederum nicht. Am Ende, denke ich, können wir davon ausgehen, dass eine Summe im zweistelligen Millionenbereich fällig werden wird. Die weiteren Details und ob das Ganze hier wirklich stimmt, wird natürlich nachgeliefert, sobald weitere Informationen durchsickern. Beziehungsweise, wer weiß, vielleicht kommt ja auch eine Bekanntgabe von Eintracht Frankfurt, eine offizielle, auch das ist ja durchaus möglich. Ich bin da in jedem Fall mal gespannt. Jan Uzun, Eintracht Frankfurt, ich finde es auf jeden Fall richtig spannend. Ich glaube, der Spieler würde gut zum Verein passen. Und da ja mit Karlajcic jetzt ein Stürmer bereits weg ist und im Sommer auch nicht fest verpflichtet wird, passt es ja durchaus, dass man sich eine neue Alternative für den kommenden Sommer im Sturm holt. Dazu ein sehr junger, talentierter Spieler. Ja, Uzun ist jetzt in dem Sinne kein klassischer Stürmer, er spielt aktuell eher auf der 10. Aber auch da hat ja die Eintracht, wenn man mit der Dreierkette spielt, zwei Halbraumpositionen. Da kann ich ihn mir gut vorstellen. Oder Viererkette macht man ja auch ab und zu mal und da wäre er dann in meinen Augen vielleicht sogar auch ganz schnell ein Kandidat für die Bundesliga. Ich würde es Uzun auf jeden Fall zutrauen. Wobei der Sprung jetzt natürlich auch nicht ohne ist. Das darf man nicht unterschätzen. Man könnte da jetzt unendlich weiter spekulieren. Eintracht Frankfurt hätte dann auf jeden Fall mal den ein oder anderen Spieler, den man auf der 10 einsetzen könnte. Und da bin ich dann echt mal gespannt, was so im Sommer passieren wird. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Auch interessant werden könnte im Sommer vielleicht die Personalie Chris Führig werden. Er hat zwar seinen Vertrag beim VfB erst vor kurzem bis 2028 verlängert. Allerdings beinhaltet dieser Vertrag laut Sky eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro. Eine Summe, die bei den aktuellen Leistungen von Führig in jedem Fall mal marktgerecht wäre und vielleicht sogar schon als Schnäppchen durchgeht, sollte Führig jetzt bis zum Ende der Saison so weiter performen und vielleicht sogar bei der EM im eigenen Land auftrumpfen, insofern er denn nominiert wird. Wenig überraschend gibt es deswegen auch Interesse und zwar heißt es bei Sky, dass Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und RB Leipzig ein Auge auf Chris Führig geworfen haben. Das konkreteste Interesse soll wohl die Werkself haben, welche sich auch angeblich bereits Informationen eingeholt hat. Das Interesse aus Dortmund und Leipzig ist zum aktuellen Zeitpunkt ebenfalls vorhanden, aber im Vergleich wohl noch etwas loser, so wird es zumindest geschrieben. Des Weiteren gibt es auch ausländische Klubs, die Führig ebenfalls auf dem Schirm haben. Genannt wurde in der Richtung West Ham United. Und auch beim FC Bayern soll man wohl über Führig diskutiert haben, aber da scheint die Spur eher kalt zu sein. Und ja, bei dem was Führig aktuell abliefert, beziehungsweise generell der VfB Stuttgart, da ist es kein Wunder, dass es eben so viele Interessenten gibt, gerade dann, wenn es auch solche interessante Ausstiegsklauseln gibt. Denn eins ist mal klar, ja, Führig hat Vertrag bis 2028. Sollte sich Führig jedoch dazu entscheiden, sich einem anderen Verein anschließen zu wollen, wären dem VfB in der Hinsicht die Hände gebunden. Es sei denn, die Klausel wäre an irgendwelche Bedingungen geknüpft, wie zum Beispiel, dass Stuttgart die Champions League verpasst. Man weiß ja nie, was da manchmal für Details nicht bekannt sind. Bewerten wir das Ganze jetzt aber einfach mal sportlich. Rein sportlich würde ich sagen, macht es momentan keinen Sinn, den VfB zu verlassen. Wenn Stuttgart tatsächlich die Qualifikation für die Champions League packt und da jetzt der Kader nicht im Sommer auseinanderbrechen sollte, dann wäre es für so ziemlich jeden Spieler im Kader sinnvoll, so mit der Truppe zusammen zu bleiben, um den Flow auch mit in die kommende Saison zu nehmen, die Champions League mitzunehmen, gemeinsam den nächsten Schritt zu gehen und dann mal zu gucken, wohin die Reise führt. Auch ist es ja so, dass Stuttgart finanziell dann ganz gut aufgestellt wäre. Man hat ja noch den Porsche-Deal, so dass man in Stuttgart definitiv nicht am Hungertuch nagen muss und wer weiß, wohin die Reise noch hingehen kann. Ja, man darf das Ganze nicht overhypen, aber das ist einfach ein ziemlich geiler Fußball, eine ziemlich geile Mannschaft und da würde ich es mir echt zweimal überlegen, ob ich dieses Umfeld verlassen wollen würde. Klar, finanziell kann man sich bei vielen Klubs steigern. Definitiv bei Leipzig, Dortmund und Leverkusen, da würde er überall mehr verdienen. Ich denke, das ist keine Frage. Ob er beispielsweise bei Leverkusen Stammspieler werden würde, das wäre natürlich interessant. Die Konkurrenz wäre nicht gerade klein mit Wirz, Nathan Teller, Jonas Hofmann oder vielleicht auch ein Adam Lozek, der auf den Halbpositionen sowie auch in der Spitze spielen kann. Ist ja beides möglich. Armin Adli gibt es auch noch. Also da sehe ich vor allem auch von Leverkusener Seite eigentlich nicht unbedingt den Bedarf. Je nachdem, wie sich natürlich da im Sommer vielleicht was verändert. Aber nach aktuellem Standpunkt sehe ich Führig dort eher nicht. Bei RB Leipzig vielleicht schon eher, weil ich glaube auch, wenn man da jetzt sehr positiv drüber redet und man sagt, Xavi Simmonds, da ist es gut möglich, dass man den noch ein weiteres Jahr halten kann. Genauso gut kann ich mir aber vorstellen, dass PSG ihn vielleicht doch behalten möchte. Da wird ja Kedan Mbappé unter anderem den Verein verlassen. Entsprechend bräuchte man einen neuen Star und Xavi Simmonds hat eben genau dieses Potenzial, weswegen ich es eher merkwürdig finden würde, wenn man ihn noch ein weiteres Jahr verleiht. Ich glaube, er könnte bei PSG sofort in der Startelf stehen. Bricht für mich ehrlich gesagt nicht viel gegen. Und in dem Fall wäre Chris Führig ein spannender Kandidat für Leipzig. Ja, er würde jetzt nicht ins klassische Beuteschema fallen, aber er ist auch nicht zu alt und wäre eben günstig zu haben und kennt die Liga, zeigt gute Leistungen. Warum also nicht? Und was den BVB angeht, das wäre jetzt natürlich der klassische Transfer. Kennt die Liga, sprich Deutsch, deutscher Nationalspieler bzw. potenzieller deutscher Nationalspieler und wäre auch ein relativ unkreativer Transfer, wobei ich der Meinung bin, dass Kreativität mehr oder weniger egal ist, solange es denn passt. Und das ist halt die Frage, wenn Daniel Mahlen geht und man Jadon Sancho nicht länger hält, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man auf der Position nachrüsten wird. Dazu steht ja auch die Zukunft von Marco Reus in den Sternen. Womöglich wird er den BVB verlassen. Das heißt, Bedarf wäre auf jeden Fall gegeben. Und dann wäre natürlich Chris Führig ein Kandidat, wo man sich ziemlich sicher sein kann, dass der BVB sich damit auseinandersetzen wird. Und wo man sich auch vorstellen kann, dass Chris Führig selbst es gar nicht mal so uninteressant finde. Einfach deswegen, weil er ja auch in der Jugend des BVB gespielt hat. Generell hat er ja viele Stationen in jungen Jahren im Pott. Schalke, Dortmund, Bochum, Oberhausen, dann auch mal BVB 2. Also der berüchtigte Steigeruch wäre auch vorhanden. Alles in allem würde ich aber erstmal dabei bleiben, egal ob Leverkusen, Leipzig oder Dortmund. Und für Führig, denke ich, ist der VfB Stuttgart aktuell das beste Pflaster. Man wird international vertreten sein. Dort hat er seinen Stammplatz. Er wird in der kommenden Saison, da bin ich mir ziemlich sicher, international spielen. Mit dem VfB nämlich. Klar, er hat eben die Klausel. Ich kann mir aber vorstellen, dass er noch mindestens ein Jahr bleiben wird. Ja, Klausel hin oder her. Du verlängerst nicht, um direkt zu gehen. Zumindest wäre das schon ein komischer Move, meiner Meinung nach. Mal ab davon, dass er dann weiterhin in einem Umfeld ist, wo er funktioniert. Und wenn er sich in der kommenden Saison, sagen wir mal, in der Champions League beim VfB Stuttgart präsentieren kann, vielleicht eröffnet ihm das noch ganz andere Möglichkeiten. Aber gut, da frage ich jetzt auch gerne mal euch, was sagt ihr? Chris Führig, sollte er in Stuttgart bleiben? Oder wäre der Schritt zu Leverkusen, zum BVB oder RB Leipzig eine bessere Option? Schreibt mir da gerne mal eure Meinung in die Kommentare. So, ein Thema haben wir aber noch und zwar handelt es sich dabei um Serge Gnabry, der zu den potenziellen Abgangskandidaten des FC Bayern im kommenden Sommer gehört. Und da berichtet die Bild, dass man bei Bayern angeblich schon bereit wäre, ihn für ein Angebot über 45 Millionen Euro bereit wäre, in Verhandlungen zu treten. Eine Summe, die aktuell auch seinem Marktwert entsprechend ist, zumindest dem von Transfermarkt. Und ja, da er noch zwei Jahre Vertrag hat und man ja grundsätzlich auch weiß, dass Gnabry ein Spieler ist, der richtig geile Anlagen hat und gute Fähigkeiten mitbringt. Und wenn er diese mal konstant zeigen würde, dann wäre er interessant für jede Mannschaft der Welt. Allerdings ist genau die Konstanz ja das Problem. Aber gut. Jetzt ist es so, dass Gnabry in der aktuellen Saison sich den Arm gebrochen hat, deswegen lange nicht spielen konnte und danach hat ihn eine Muskelverletzung außer Gefecht gesetzt. Entsprechend kam er noch nicht auf allzu viele Spiele, konnte sich bei seinem Comeback allerdings direkt mal mit einem sehenswerten Treffer zurückmelden. Und da ist es jetzt natürlich spannend. Sein Vertrag beim FC Bayern gilt noch bis 2026. Der wird auch sehr gut bezahlt. So viel Geld verdient er wahrscheinlich fast nirgendwo anders, das muss man auch mal sagen. Und es ist ja so, dass er auch vorher schon immer in der Kritik stand. Warum? Weil er eben seine Leistungen nicht konstant abrufen kann. Ja, am Ende der Saison hat er immer richtig gute Zahlen in der Scorerliste stehen. Und er trifft auch in der Regel zweistellig innerhalb einer Saison. Aber da sind auch verdammt viele Spiele dabei, wo Gnabry völlig unsichtbar ist. Hinzu kommt ja noch, dass die Bayern auf den Flügeln, wenn alle fit sind, sehr stark besetzt sind. Man hat Kingsley Coman, Matisse Tell, Brian Zaragoza, Leroy Sané und eben Serge Gnabry. Und meiner Meinung nach ist das mindestens mal einer zu viel. Ja, Tell kann natürlich auch im Sturm spielen. Aber solange Harry Kane da ist, wird er da, ja, meiner Einschätzung nach nicht regelmäßig eingesetzt werden. Und dann ist ja auch ein Thomas Müller da, der durchaus mal auf Außen ausweichen kann. Oder eben Jamal Musiala. Sodass ich sogar schon fast fest davon ausgehe, dass ein Spieler da die Bayern verlassen wird. Und da wäre Serge Gnabry bei mir auch der naheliegendste Kandidat. Und vor allem auch einer, der bestimmt auch in der Premier League einen Markt haben dürfte. Hat ja unter anderem auch bei Arsenal mal gekickt. Und in England wird man sich mit Sicherheit auch daran erinnern, dass er auch mal unter anderem Tottenham abgeschossen hat in der Champions League. Ihr erinnert euch bestimmt noch bei der Gala-Vorstellung des FC Bayern. Und ja, Gnabry hat ja grundsätzlich seine stabilen Zahlen, wenn er denn fit ist. Natürlich muss man jetzt abwarten, ob man sich wirklich von Gnabry trennen wird. Er hat ja eben noch den Vertrag bis 2026. Und wer weiß, vielleicht liefert er ja in den letzten Spielen bis Saisonende auch wieder ab. Sodass die Bayern sich dazu entscheiden werden, dass er bleiben soll. Und dazu muss man auch mal schauen, wie es mit ihm weitergeht bezüglich einer EM-Nominierung. Ich glaube, da ist Gnabry aktuell eher hinten dran. Und je nachdem, wie das Ganze ausgeht, denke ich auch, dass davon seine Zukunft bei den Bayern abhängen wird. Aber auch hier würde ich einfach mal an euch weitergeben. Gnabry und der FC Bayern, hat das in euren Augen noch Zukunftspotenzial? Oder sagt ihr, von ihm sollte man sich auf jeden Fall trennen? Auch da gerne mal eure Meinung unten rein. Und ja, das war es an der Stelle auch mit dem Update. An der Stelle habe ich euch jetzt wie immer meine neuesten Videos in der Endcard verlinkt. Schaut auch da gerne mal vorbei. Und in dem Sinne, ihr wisst Bescheid, macht's wie immer besser und bleibt am Ball.